so ein wunderschöner heute willkommen zurück zu let's play doom eternal ja wir müssen mal diese herausforderung da machen die ist wichtig dann versuchen wir heute mal so ein bisschen besser voranzukommen als beim letzten mal oder jetzt komplett zerfetzt gerade gibt mir mal deine rüstung her so jetzt machen wir das machen wir das hier zuerst ein elemente kenne ich noch gar nicht kom fehlgeschlagen so ein schitz element kenne ich wirklich noch nicht damit probieren was mache ich denn was hat denn jetzt hin alter sterb danke gut dann haben wir das wenigstens also das rechtlich schnelle aufgeführt schon sehr angenehm ja weil ich warte mal kurz auf meine will auf meine flamme ich habe keine moni kleines arschloch warte 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 so ich kann da immer noch nicht durch hier scheint auch irgendwas zu sein was ist denn jetzt hier los was ist denn jetzt hier los was ist denn jetzt hier los wo ist denn jetzt hier los fühlt mich hier unten einer oder was ist hier noch irgendwas das tun muss hier irgendwie öffnen komm jetzt sage ich jetzt nicht dass es hier verpackt das ist nicht so geil von euch ach komm voll daneben kann dem besten mal passieren knallt so rein so noch mehr oder warte mal das pain elemental das hatten wir eben gerade nicht das hat noch gar nicht vorgelesen das muss ich mir noch mal anschauen die ballista verursacht bonus schaden gegen flingendämonen ok der pain elemental ist ein widerwärtiges geschöpft der schatten ebene und stammt aus den ursprünglichen abscheulichen tiefen der dämonenwelt sich nur seiner eigenen tortur bewusst ist der elementar dazu verdammt in seinem vorigen eingeweihten lost souls zu formen ein qualvoller und endloser vorgang der das gesamte miserable leben der kreatur begleitet einzig die verbreitung von leid lässt den elementar sein unerträgliches dasein kurz vergessen aus diesem grund bezieht der pain elemental große befriedigungen aus willkürlichen töten und dem verbreiten von elend unter den schwächeren wie ein wie wie ein diktator quasi ja ja komm auch mal wieder da zu weit weg verzweihung aber habe ich überhaupt noch irgendetwas muss ich bin so schlecht im spiel ich muss das echt öfter spielen das ist nee ach komm echt von hier aus wieder nee das machen wir jetzt das machen wir jetzt hier im eiltempo habe ich ja gar keinen bock drauf ja money ist das ein anderer waffen sound hier bin ich jetzt komplett präge wieder im kopf kommen wir gerade so vor irgendwie klingt der anders ist euch alle den kann die auch noch nicht sehr lustig auch sehr nett so ach komm ach schade schon vorbei oh one up gerne alter ja irgendwie ein secret noch hier da ist noch irgendwie was ich bin grad ein bisschen zu ruhig wie ich da schaden aha okay ähm stimmt das hätte ich auch mal wieder mehr einsetzen können hier in der luft hier das ding verlängert verlängert die benommenheit von gegnern die mal von spezialmitte sind in die auflauteszeit bin ich irgendwie geil macht mich noch schneller ich bin noch überforderter in dem moment genau das was ich mir wünsche oh okay schütt mal ein bisschen bitte machen wir das so ich brauche ebeno nie krass alter extra ja 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 haben sie gesagt es macht spaß haben sie gesagt alter krass und da will ich hin das ist meist schon die sport sehr schade komm her komm her okay habe ich noch von da ja klar das war mein problem wieder dass ich stehen geblieben bin okay ich glaube wir probieren mal was anderes habe ich da idee das dauert zu lange okay Ah komm Das muss dir doch schmecken oder nicht Eisskulpturen Okay Ah Oh Gott Jetzt komm mal her Auch nicht schlecht Der war wichtig Ah da ist schon vorbei der Spaß hier Ne jetzt muss ich mir mal kurz verpieseln Erstmal er hier Hä Doch nicht jetzt alter Hä Kann ich vielleicht erstmal What the fuck Warum ballert mir das jetzt direkt da rein im Kampf Noch was Okay Hä Gut geil war es Okay ja alles klar Wie auch immer So Ich hätte auf jeden Fall Ganz gerne Äh Alter Ich hätte ganz gerne aber das mobile geschützt Da noch irgendwas frei Ne da ist alles fertig Da ist alles easy Und das bewegen Während das mobile geschützt Ausgelöstet ist So Du tötest fünf Gegner zehnmal mit einem einzigen Einsatz von mobiles geschützt ohne zu überhitzen Okay Okay Ja War das Sonst war hier nichts mehr Okay Warte mal Hatten wir Ach Bombenmeister Danke Gut 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 Okay Da unten aber noch ganz viel Zeug Optisch Optisch Natürlich immer Immer noch beeindruckend Ich darf das geschützt Steuern Ja Bzw. ich muss es Äh Ja Bad Hellen Ich soll hier runter Ja Ist das soweit korrekt Ich vertraue dir mal Ich soll da rein Ja Ich vertraue dir mal Okay Nice Äh Ja Ja Okay Ich bin glücklich Ja Das ist wie Weihnachten Geht mal her Ich weiß wie ich damit umgehen muss Ist das Ziel zerstört Der zweite Geschützturm ermöglicht Ihnen den richtigen Winkel für den zweiten Tentakel Aber ich dachte ich darf das selber steuern Das finde ich jetzt so nicht in Ordnung Oh schon guten Tag Ich bin gleich bei euch Einen Moment bitte Immer noch zu nah dran Ja Eigentlich ist es Verschwendung Ich weiß Ja Na ich spare noch mal ein bisschen Fresse ich muss mal kurz nachgucken Äh da unten geht es weiter Alles klar Ich hoffe ja mal Dass ich irgendwann in den Genuss kommen darf Die UFC Sprecherin Zu verhauen Wow Das war fies jetzt Ja komm Sag mal Damit habe ich das nicht so wirklich gerechnet Moment 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 Also da Äh okay Ne alles über Hier wo was Ja hier bitte Junge 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 Ja Ja Darf ich jetzt mal ganz kurz Darf ich jetzt mal ganz kurz Noch mehr von euch ja Ja Na komm her Na komm her Na komm her So So darf ich jetzt mal Danke Ich möchte eine D-Mark kaufen Äh Wir hatten übrigens Ich habe es gerade vergessen Wir hatten bei Codex ja noch was Äh Teil 2 hatten wir das schon Ne Der ARC Teil 2 Ne das muss ich noch vorlesen Äh Ab 2151 führte der ARC Operation von mobilen Kommandoträger aus Eine Kommandozentrale zu Wasser die für Angriffsoperationen mit großer Reichweite entwickelt worden war Und zum Hauptquartier des ARC wurde Das primäre Ziel des ARC die Quelle der Höllenwuchung zu lokalisieren Und dadurch das Auftauchen von Höllenportalen zu unterbinden Und das Tor zwischen den Dimensionen zu schließen Das Herz des Armored Response Coalition ist ein aggressives Forschungs- und Entwicklungsprogramm Für neue militärische Technologien Als Teil von Dr. Haydens Arbeit wurde von ihm kontrollierte UAC-Ressourcen Äh Wurden von ihm kontrollierte UAC-Ressourcen einschließlich mächtiger KI-Technologien Für die Entwicklung von Waffen eingesetzt Die dazu dienen der höllischen Bedrohung Äh Direkt entgegenzutreten Alter ist das Ding groß Das ist einem auch wirklich echt Erst dann so bewusst Wenn du halt die Die Menschen da siehst Ne Sieht hammergeil aus Richtig richtig gut So die Rückkehr von Samuel Layden Teil 1 Äh Äh Kodex Die Zerstörung der Argent-Quelle auf dem Mars bedeutete Chaos für den Planeten Erde Nach dem Ende der Kommunikation zwischen Erde und Mars-Einrichtung Stürzte der Kollaps des Argent-abhängigen Energienetzes den Planeten noch tiefer in die Krise Zu dieser Zeit tauchte UAC-Direktor Dr. Samuel Hayden plötzlich wieder auf der Erde vor dem Rad der AN auf Ich hab schon wieder vergessen wofür AN steht Äh Und präsentierte das was der Menschheit Rettung bieten könnte Den Schmelzziegel Nach der Erläuterung der Geschehnisse auf dem roten Planeten stimmt der Helden der Kooperation mit den AN zu Äh Und gewährte Zugang zu diversen irdischen UAC-Anlagen und darüber hinaus einer ganzen Palette von Technologien Die zu seiner Verfügung standen Allen voran der Schmelzziegel die letzte verbliebene Argent-Energiequelle Wofür stand nochmal AN? Ich hab was schon wieder vergessen So, bin ich überhaupt hier richtig? Ne, von hier bin ich gekommen Äh Dachtet ihr euch so, ne? Ich mach mal da rüber Äh Äh Ja doch Ist eigentlich ganz geil Kann ich meine Schulterwaffen Schneller wieder einsetzen Ja, schönen guten Tag, kommen sie rüber Alter Alter Das war's. Ach Gott, was war das denn? Ach, ein Hellneidchen habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Ich dachte, der Gang wäre frei gewesen, aber ja, der Schein kann trügen. Okay, ihr wollt es so, ihr kriegt es so. Okay. 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 AIM gleich Null, ich merke schon wieder AHHHHH Was ist denn das da oben? Geh mal her, die Sonne da, was ist denn das? Graserei, äh, ich bin schneller oder so, keine Ahnung Gott, das ist mir, ne, das ist mir, also, ne Ich bin schneller oder so, keine Ahnung Ich finde das eigentlich ganz lustig mit dem Ding Na, 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 na So, schon besser Das war zumindest besser als in einem letzten großen Fight Dezent Das war irgendwas hier schönes, da ist noch ein bisschen Rüstung, leben nehmen wir auch noch Okay, alles klar Äh Erkündelig, der durfte jetzt nicht fehlen, ist ja klar Okay Okay Und hier so Ach, der shit schon wieder Na, 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 na Ich würde gerne einmal kurz Dings aufladen Ich würde gerne einmal kurz Dings aufladen Das ist überhaupt nicht fies gemacht Ah, kein Treibstoff mehr Ah, kein Treibstoff mehr Ähm Ja Äh, ja Äh, ja Aha Okay Achso, wollt ihr das haben, ja Ihr seid ja Ihr seid ja Ihr seid so abgefuckt, ey Na, klar, dass ich natürlich da rein natsche, ist ja historisch So So, bis zum nächsten Checkpoint machen wir nochmal Sonst irgendwas hier? Ne, ne, alles cool Äh, 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 da Was war denn das grad? Hat sich etwas glitschig angefühlt Ups Ups Keine Absicht Ne, ich denke mal, hier können wir getrost, äh, einen Cut machen Oh, Alter Dachte ich zumindest Oh Na, wie viel brauchst du? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Benutzen Ich habe irgendwas gemacht Ich habe irgendwas gemacht Dachte 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 Dachte